Hallo und herzlich willkommen an dem MoniCorona draußen. Ich bin Maxnake. Ich zocke. Ich zocke bestchen mit euch, für euch, oder wie auch immer. Wir hatten das letzte Mal... Ja, das wissen wir doch schon alles. Wollen wir hier abbrechen? Nein, das können wir nicht abbrechen. Ja, also wir müssen ihm noch ein paar Fragen stellen, das können wir mal schnell hier durchorgeln. Für Zulf, Ceylandia war seine zweite Haus. Er ist wirklich Angst, über seine erste Haus, auch. weit nach dem Westen. Ja, doch. Wir haben alle verloren, in der Kalamitie verloren, er sagt. Ich weiß nicht, wie ich weitergehen werde, ohne ich. Zulf hilft, um mir zu helfen, um die Skye-Wars für den Kind. Zumindest die Kalamitie hat nicht geholfen, er sagt. Er war in den Tassel-Terminals. Die Eura hat ihn auf eine Mission in unsere Stadt geholfen, und er lebt hier seitdem. So, Hux heißt der Fremde. Wir haben die Eura schon ein Jahrzehnt, aber das war dann. Dinge sind jetzt anders zwischen uns. So, und wir haben ja auch noch einen Kern. Die Koros. Sie erinnern. Das ist, warum dieses Ort zusammenkommt. zusammenkommt. Das wird alles gut sein. Das wird einfach alles super sein. So, schauen wir doch mal, was wir hier jetzt bauen können. Komm, push, los. Schau, was wir hier haben. Vergangen und zukünftige Errungenschaften aufzeichnen. Hm. Fundbüro. Dreie wertvolle Objekte aufbewahren und wiederherstellen kann. Ach, das nehmen wir mal. Das kommt gut. Was kann man das tun? Was ist ein Wuxer-Schlitzer? Kriegsmaßnahmenfertigkeit. Von Hieben, die selbst zähigste Panzer durchdringen. Okay. Okay. Das heißt, wir können jetzt für die Dinger auch noch Sachen bauen, was ja total witzig ist. Was scharfes. Aufwertungsmaterial für Kriegsmaschinen. Äh, Kriegsmaschinen. Ja. Alles es braucht sind Fragments. Und die Bastion macht es so gut wie neu. Das müsste dann ja hier in der Schmiede zu finden sein. Jawoll. Das da können wir benutzen und können... Ach, da müssen auch wieder was. Das sollte diese Fangen in sinken, schön und tief. Ja. Also wir müssen natürlich gucken, ob das scharfer ist. 325. Kriegsmaschinen sind so schnell. Du musst eine gute Grip auf sie halten. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir alles ausgegeben, was wir haben. Können wir mal... weiter... Schauen wir mal, welches Level uns jetzt anlagen. Mhm. Sehr schön. Wir haben zum einen hier den Obstgarten der Pyth. Wir haben was hier. Was ist das hier? Das ist Fort Zunderstein. Am sichersten Fort der Stadt. Oder... Sie müssen sich mit dem Schrein des Gottes von Aufruhr und Ordnung verbergen. Dann fliegen wir dahin. Aufruhr und Terror klingt immer wie ein guter Plan. Jo. Frisch aufgerüstete Kriegsmafette. Los geht das. Was ist das Piff? So, auf jeden Fall sieht's so aus, als wenn das Ding irgendwann anspringt. Hm. So, so, so. Was haben wir hier oben noch? Großen Kisten. Sehr schön. Das ist schön, aber es interessiert uns ja eigentlich gar nicht. Wir wollen den Kern haben. Nicht wahr? In Zeit, doch. Der Bull stopped being a symbol and started being decoration. He couldn't even save his loyal subjects. Das ist natürlich dann, ähm... Für einen überhaupt nicht so, dass... Für einen überhaupt nicht so, dass... Nein, du bist da. Haben wir noch etwas grobes gefunden? Eine Katze umgepokt? Und er geht weiter. Und er geht weiter. So, das Ding. Oops. Okay. Und was ist mit dem? So, was soll es sein? Invoke die Gäste. Oder sag ihnen auf. Äh... Wachsen schneller, um sich bewegen und zuschlagen zu können. Warum, äh... Ähm... Und warum sollte ich das tun? Weil, äh... Das gibt doch gar keinen Sinn. Die Kinder brauchen keine Vorbereitungen von den Leiden von Viv. Nein. Stellen wir uns doch mal vor... Wenn die Gäste alive sind... müssen sie ziemlich schmer sein. Jetzt stelle man sich vor, die wären einfach noch schneller da gewesen. Das macht gar keinen Sinn. Ich mache deshalb doch das Leben nicht unnötig schwer. Ja. Ehrlich gesagt. Hallo? Sind wir die eigentlich, bitte? Nein. Und? Nein. Nur? Hm. Mögen. Und? Ja... Ja... Na? Alle können uns kloppen. Gut kloppen, ach je. Ich sehe da einen weiteren mechanischen Stier auf mich zukommen. Lalalala... Das ist aber nicht so gut. Und dieser mechanische Stier ist auch noch gut. Ja, ja, das war nicht so gut. Aber... Ach je, was ist das denn? Und Lüschpiss? So, hier gibt es so viele Stapelteile. Die müssen sich vorsichtig durchkloppen. Aber, ich habe immer noch nichts. Und das, weswegen ich eigentlich hier bin. Nicht den Kern. Ah, aber ein Heiltrank, das ist ja schon mal ein guter... Anfang. Der Kind hat nicht einen Kurs gefunden. Aber zumindest hat er den Zulfs herzlichen Schrein gefunden. Wir sind ja auch noch nicht überall durch. Wenn wir gegründet haben. Die sind ja immer nur ein Schrein. Ja, hervorragend. Dann, ab mit dem Skyway nach Hause. Und hier zum Schrein, um größere Herausforderungen mit größeren Belohnungen zu erhalten. Alles klar. Jetzt weiß ich, zu wenig, wo wir das sind. Jetzt haben wir hier mal noch mal mit allen reden. Zulf! 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 Irgendwie sieht er ja auch süß aus, nicht? Ein kleines bisschen jedenfalls. Gut, dann soweit erstmal von mir, ich wünsche euch eine ganz hervorragende Zeit, zockt viel, zockt schön und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüü! Untertitelung des ZDF, 2020